Ja, wir sind beim letzten Teil angekommen. Ich möchte noch ein paar Worte jetzt zum Abschluss sagen. Ein Teil von meiner Arbeit ist ja auch das Marketing und vielleicht interessiert den einen oder anderen auch, was wir im vergangenen Jahr so gemacht haben. Deswegen möchte ich eigentlich erst mal zeigen, wie OpenOlat jetzt aufgetreten ist. Das Erste kurz zur Webseite, das hatte ich auch im letzten Jahr schon mal kurz vorgestellt. Für euch eigentlich von daher noch wichtig, weil dort die Release Notes mit publiziert werden. Ich möchte immer wieder einladen, dort, wenn wir auch ein Update gemacht haben, drauf zu gehen unter Funktion Release Notes. Steht einerseits so ein bisschen in Prosa auch mit Screenshots, was ist alles neu. Weiter unten findet man dann auf Englisch so einen Auszug von unserem Jira. Da ist dann wirklich jeder Bugfix, jeder Punkt ist dort mit protokolliert. Da könnt ihr dann entsprechend alles nachschauen. Von den größeren Releases findet man dann dort auch immer die kleinen Filme, die die Sabrina erstellt, damit man sich das nicht alles durchlesen muss. Wir haben ungefähr so bis 1200 Zugriffe pro Tag auf der OpenOlat-Webseite. Und was mich eigentlich besonders verwundert hat, als ich das jetzt analysiert habe, ist, dass wir 80 Prozent aus dem deutschsprachigen Raum Zugriffe haben. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir einen viel höheren Zugriff auch aus dem englischsprachigen Raum haben. Aber es ist wirklich ein System, was doch hauptsächlich Deutschland, Schweiz, relativ wenig auch in Österreich mit aufgerufen wird. Die Awards. Das erste ist mal ein Nicht-Award. Also nur, dass sich niemand wundert, dass wir vom e-Learning-Award 2016 nichts gewonnen haben. Wir haben gar nicht teilgenommen. Der nächste ist das e-Learning-Check. Da haben wir jetzt letztes Jahr auch eine Pause gemacht und haben jetzt eigentlich dank euch den Award gewonnen. Das ist ja jetzt wirklich ein Award, der von den Kundenbewertungen ausgeht. Da wird ein Link an euch geschickt von uns aus und vom e-Learning-Check. Und man füllt es entsprechend aus, wie so die Dienstleistungen sind, wie man zufrieden ist mit dem System. 24 haben bei uns mitgemacht. Auch da sind wir Vorreiter. Also es haben wirklich 24 Kunden von uns da fleißig mitgemacht und uns anscheinend da ziemlich gut bewertet, haben uns sehr gefreut und durften dann bei der Learn-Tech den Award in Empfang nehmen. Da sind wir auch schon bei dem Thema Messe. Was ist letztes Jahr passiert? Das Aktuellste jetzt in diesem Jahr an der Learn-Tech sind wir ja schon seit jeher irgendwo mit dabei. Wir haben diesmal einen großen Stand hingestellt. Wir haben einen Standbauer, so richtig professionell. Wir haben uns kaum wiedererkannt und wahrscheinlich viele von unseren Kunden auch nicht. Die haben sich gar nicht an den Stand getraut, weil es so professionell ausgeschaut hat. Also gar nicht mehr so Open-Source-mäßig. Aber trotzdem war es ein wichtiges Signal, denke ich, dass wir da mal was anderes ausprobiert haben. Wie in den Jahren vorher haben wir trotzdem keinen Fremdix-Stand gemacht, sondern einen Open-Olad-Stand. Es war auch entsprechend blau. Die BZG, LVG haben sich da mit abgewechselt und haben uns unterstützt und haben eigentlich gezeigt, was so die Community macht. Und Conplus war wieder Standpartner, dass wir uns das geteilt haben und den Stand gemeinsam gewirtschaftet haben. Conplus eben mit dem eigenen Angebot von ihren Kursen. Wollten aber dadurch, dass sie auch Open-Olad verwenden, war das eigentlich auch ein schöner Showcase. Jetzt dauert ein bisschen, bis die ganzen Bilder da geladen werden, dass man mal so einen kleinen Eindruck bekommt von unserem Stand. Wir haben da wieder unser Poster im Hintergrund. Da war der große Stand von der Seite, Fremdix und Open-Olad. Der kleine grüne Bereich, der Fremdix wieder spiegelt hat. Dann eben der Bernd BZG, der uns unterstützt hat. Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Auf der Seite war der Stand dann auch von Conplus aus designt. Also je nachdem, von welcher Seite man gekommen ist, hat man es unterschiedlich gesehen. Hat sich so über einen Award gefreut. Und das ist jetzt der Stand. In der nächsten Jahr, 2018 wird die LearnTech das erste Mal in zwei Hallen durchgeführt werden. Und wir haben uns hier direkt an den Eingangsbereich katapultiert. Mal schauen, wie das dann aussehen wird. Ob wir mehr Leute dann nochmal anziehen können. Was auch noch im Oktober war, die E-Learning Summit Tour wird organisiert vom E-Learning Journal. Es ist immer so eine Städtereise. Es gibt irgendwie zehn, zwölf Stationen durch ganz Deutschland. Eine in der Schweiz, eine in Österreich. Wir waren bei Zürich mit dabei. War von daher spannend, weil zum einen waren wir dort Sponsor und haben so einen Mini-Stand da gehabt. Zum anderen hat die Annette von Avalok über Open-Olad erzählt, wie sie das umgesetzt haben. Und die Summit Plattform, also dort, wo eigentlich die ganzen Filme präsentiert werden vom E-Learning Journal zu der Summit Tour. Die wurde letztes Jahr jetzt auch auf Open-Olad umgesetzt. Was uns natürlich unheimlich freut, dass die absoluten Experten vom E-Learning Journal ausgerechnet Open-Olad nehmen. Finden wir super. Campus Innovation war mal im November in Hamburg. Open-Olad, Selectus präsentiert. War mal so als kleiner Sponsor mit dort. Ja, jetzt hatten wir noch so einen kleinen Test mit eingespielt. Viele von euch haben den noch gemacht. Ich fand es total wichtig auch zu sehen, welche Funktionen gibt es da. Was kann man so alles machen. Ich habe ziemlich versagt. Lag vielleicht daran, dass ich es heute Nacht um halb zwei gemacht habe. Ich habe nur zwei Punkte bekommen. Wer aber gewonnen hat, das zeige ich dann noch gleich. Spannend. Ich weiß nicht, für die, die es mitgemacht haben. Man konnte dann so auch zeichnen hier. Da ging es jetzt darum, dass man so eine Kurve zeichnet, wie wohl die Aktivität ist während einer durchschnittlichen Installation. Das ist also so recht in Ordnung. So nachts schlafen die Studenten und ein paar weniger hier bei dem. Das ist interessant. Also da ist vielleicht hier so, da schaut man noch ein bisschen Fernsehen und danach arbeitet man dann die Nacht durch. Hier so ein bisschen Pointillismus, malen nach Zahlen. Kann man auch entsprechend machen. Die sind eigentlich auch noch ganz vernünftig. Das sind inverse Modelle. Da wird also tagsüber relativ wenig gearbeitet und man steht dann nachts auf und geht ins Olaut. Da ist auch der Peak so um 5 Uhr morgens. Interessant. Das sind jetzt ganz neue Modelle. Wir messen unsere Statistiken nicht so. Bei uns sieht es ein bisschen anders aus. Da würde ich mal sagen, da ist der Systemadministrator auf eine Taste gekommen und hat einfach das Olaut ausgestellt. Und dann ist nachts Ruhe, bis es dann morgens wieder Punkt um 6 anfängt. Wir hatten auch gefragt, was es so für Maskottchen geben könnte für Olaut. Da sind so diverse Vorschläge gekommen. Auch Olaut, ganz interessant. Gut, und wer hat jetzt gewonnen? Wir haben hier den Stefan Clemens. Das ist auch eine neue Funktion, die wir drin haben, für die, die es noch nicht kennen, mit dem Treppchen. Und für ihn haben wir hier einen von den Memory-Karten. Die möchte ich ihm gerne übergeben. Grüße, Stefan. So, damit wären wir jetzt eigentlich durch. Wir möchten uns ganz, ganz herzlich bedanken für die Räumlichkeiten bei der Sarah und der Swiss EPI. Für diese, ja, es hat wirklich alles perfekt geklappt. Die Räumlichkeiten waren super, das Wetter war super, der Ausblick, das Essen. Also, ihr könnt nicht besser laufen. Und ich möchte hier auch ein kleines... Für die, die es eben noch nicht kennen, unser Memory, das kann man natürlich zu Hause mit den Kindern spielen. Aber es ist eigentlich auch ganz interessant, um die Kärtchen zu nehmen und so Kurse aufzubauen. Wir machen das mittlerweile in den Schulungen ungeheuer praktisch, dass man mal sieht, wie man eigentlich vom didaktischen Konzept die Kurse aufbauen kann. Und da das so toll ist, verkaufen wir die auch. Also, die 20 Franken sind nicht dafür da, dass man sie nimmt, sondern wer will, der kann sich das gerne noch hier vorne einfach hinlegen. So, und jetzt auf das, warum wir überhaupt hier sind, der Apero. Wir haben die Lounge reserviert, das ist ein Teil vom Bohemia-Restaurant, das ist so ein Grill-Restaurant. Es gibt ein Apero. Wir übernehmen alles das, was erstmal dasteht, weil wir ja zehn Jahre Frentix feiern. Von daher ist das jetzt diesmal doch ordentlich, was wir da zur Verfügung stellen. Und den Rest, wenn das dann alles leer ist, dann könnt ihr dann dort noch essen gehen oder weitertrinken. Das ist dann auf eure Kosten. Aber das Erste, was jetzt mal da ist, ist von uns gesponsert. Wie kommt man da hin? Ihr könnt jetzt entweder bei dem schönen Wetter noch da runterlaufen. Also wir sind hier, diesmal geht es ja bergab, geht dann hier der Weg runter bis zum Restaurant Bohemia beim Klusplatz. Ist das, oder? Glaube ich. Kreuzplatz, Kreuzplatz, ja richtig. Die andere Variante ist, ihr nehmt den Bus, den 77er Abhaltestelle und fahrt dann da mit dem Bus runter und steigt dann entweder fünf Minuten laufen oder in den Bus 31 oder Tram 11 zum Kreuzplatz. Ja, das war's. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Danke auch an Sabrina, die das Ganze mit organisiert hat und da sehr viel Arbeit reingesteckt hat, auch die Memorykarten gemacht hat. Danke an euch alle, für die, die sich hier beteiligt haben. Und dann wäre es schön, wenn wir uns nächstes Jahr wieder sehen. Vielen Dank. Vielen Dank.